Künstler, Musiker zu sein bedeutet, seinen Beruf zu leben und das fängt, glaube ich, auch hier schon im Studium an. Sangspädagogik. Jolancello. Elementar Musikpädagogik. Jazzklub. Jazzgesang und Opposition. Ich habe natürlich ganz verschiedene Fächer, weil auch unterschiedliche Bereiche abgedeckt sind. Gehörbildung. Theorie. Geschichte. Arrangement. Hauptfach, Nebenfach. Fachmethodik. Unzählige Ensembles. Kammermusik. Das Konservatorium ist in den letzten mittlerweile schon vier Jahren eigentlich zu meiner zweiten Wahlheimat geworden. Eigentlich ein Geschenk. Ich bin richtig froh, dass ich hier im Haus bin. Es ist ja fast so wie ein zweites Zuhause. Ich komme hier gern her. Am Anfang des Pre-College war es überwältigend erstmal. Klein aber fein und eine kleine große Familie. Ich t9. Ich t9. Ich t6. Essential ree. Vielen Dank.